Hot oder Flop? Model Olivia posiert im Brustfreikleid. Olivia Arben hat alles fest im Griff. Die gebürtige Britin modelt seit ihrem 15. Lebensjahr und war schon auf den Covern sämtlicher bekannter Modemagazine zu sehen. Auch auf Instagram geizt die Laufstegschönheit nicht mit ihren Reizen. Doch bei den Fashion-Evotes in London wollte Olivia offenbar besonders viel Aufmerksamkeit erregen, hier trug sie ein Kleid, das ihre Oberweite unbedeckt ließ. Olivia entschied sich bei den Fashion-Evotes in London für ein figurbetontes rotes Kleid des Designers Pajitim Razzi. Der Modemacher verlieh dem Kleidungsstück das gewisse Etwas, indem er den Stoff im Brustbereich wegließ. Doch ein BH sollte Olivias Brüste nicht bedecken. Die 25-Jährige benutzte einfach ihre Hände. Damit die Fotografen und Zuschauer in der Royal Albert Heil keine freie Sicht auf ihre Oberweite haben. Auch Model Bella Hadid, 26, verzichtete kürzlich auf ein Oberteil, als sie für ihre Follower posierte. Die 26-Jährige zeigte auf Instagram Fotos, auf denen ihr Oberkörper lediglich mit einem langen geflochtenen Zopf bedeckt ist. Mit den Schnappschüssen wollte die Schwester von Gigi Hadid, 27, auf ihre neue Kollektion hinweisen. Dann Untertitelung des ZDF, 2020